Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play Landwirtschaftssimulare, weiterhin hier mit Kobi. Yo, fangst du mal an hier jetzt? Zeitraffer, wir sind jetzt, äh, ja, am Mähn, in dem Sinne. Und erhoffen uns, dass es jetzt erstmal dann die letzte Ernte sein wird, vielleicht... Ich hoffe. Ich bin noch mal kurz aufgesprungen. Was? Ich bin noch mal kurz aufgesprungen. Ja, ich hab da kurz zu meinen Fernsehnern geguckt und hab mich da so wupen, so ein, ja, so was Leckeres angeguckt. Ich hoffe ja auch, dass es die letzte Ernte ist, dass man endlich jetzt, wenn man wirklich das Feldelf kriegt. Ja. Weil ich warte mal nicht, dass ich... Ah doch, du hast nochmal breitere Schnittbreite, wie ich sehen kann. Ja, aber ich fahre auch ein ganzes Stück langsamer, also würde ich warten. Das ist vielleicht ein, zwei Dinger oder du machst mich nebenbei leer. Weißt du, dass ich einen kleinen Vorsprung kriege, ja? Ja, scheiße, was machen wir überhaupt drauf? Jetzt mach ich schon wieder Raps drauf. Nee, bloß kein Raps. Oder mach nochmal Raps. Mach Raps. Weil danach müssen wir, glaube ich, eh, ähm... Dann irgendwann auf jeden Fall den Raps nicht verkaufen. Hast du geguckt, ob wir nicht fliegen müssen? Oh nein, hab ich nicht. Ja. Nein, muss nicht. Okay. Nächste Ernte. Ja, Schalke Dortmund im Derby trennen sich 1-1. Na, guck mal. Na, fahren sie alle deprimiert nach Hause. Gibt's keine Schlägereien dieses Wochenende. Oder erst recht. Ja, verstehe ich sowieso nicht immer. Gut, vielleicht bin ich dafür nicht richtiger Fußballfan, aber ich find sowas Schwachsinn. Keine Ahnung. Macht doch keinen Sinn. Wir sind ja nicht beim Inselfolk. Äh, keine Ahnung. Also ich mag das gar nicht. Ich hab das noch nie gemacht. Ich war schon so oft da und... Keine Ahnung, für mich ist das einfach nichts. Da mir was auf die Fresse zerrungen wegen Fußball, Alter. Ich glaube, es gibt auch keinen Schimmerinsport, wo das so ist, oder? Ähm... Glaub nicht. Ich glaube, beim Eishockey noch, oder? Weiß es nicht. Ich glaube, da sind es eher immer die Spieler, die sich gegenseitig auf die Fresse... Wie viel hast du denn schon drinnen? 52. War das jetzt eigentlich nicht funktioniert? Mit unserem Düngen haben wir überhaupt geguckt? Ja, war dunkelblau. Oder ist immer noch dunkelblau? Also wenn ich nächstes Mal zurückfahre, wäre es gut. Also wenn ich gleich wieder in dieselbe Richtung fahre wie jetzt. Entleeren, oder was? Ja, du kannst dich schon oben hinstellen mit dem Hänger und dann mit mir zusammen runterfahren. Weil dann kriege ich den Rest des Feldes rein, weißt du? Dann kann ich nämlich abhauen dann gleich hier vom Feld und dann kannst du nämlich durchziehen am Stück. Ja, was haben wir vorhin noch ganz kurz gemacht in der Zeit? Wir haben den Mähdrescher getankt, der war auch fast leer, Leute. Ja, und natürlich um 0 Uhr die Kosten, die wieder auf uns zugekommen sind. Deswegen, wir brauchen jetzt Tiere. Tiere ist jetzt das A und O. Weil sonst kriege ich nämlich so langsam hier auch die Pimpernellen, wenn ich ganz ehrlich finde. Siehst, da habe ich doch recht, kommt der Preis für Raps steigen. Ja, irgendwann muss er ja steigen, Kami. Da kommt die Eisenbank an das ein. Ne, das bist du. Jetzt kriegt er seine erste Füder in die Fresse. Also in dem Sinne ja auch schon wieder nicht wenig ist. So, 8.000 sind schon wieder drinnen. Ja. So. Dann fahre ich den jetzt gleich runter. Richtig, du kannst dich jetzt gleich verpieseln mit dem. Ging auch schon wieder schnell, also. Ich bin gerade mega zufrieden, weil das alles wirklich wie geschmiert läuft. Du siehst jetzt gleich schon wieder, wenn wir alles fertig haben, dann. Mal gucken, ob wir dann verkaufen können, uns vielleicht um Feld 11 noch kümmern können. Und dies und jenes, also das ist schon ziemlich geil. Am besten wäre es natürlich auch, wenn man dann gleich nochmal das Raps ernten könnte. Und dann gleich beide weg, ne. Das wäre schon ziemlich episch dann, Alter. Dann hätte man richtig Kohle auf dem Tisch. Und dann könnte man nämlich auch gut hantieren, ne. Richtig. Wir dürfen nur nicht vergessen, dann sagen, ja, nee, wir kaufen lieber das, das, das. Nein, wir müssen auch zusehen, dass wir ein paar mehr Kühe kaufen. Umso mehr die. Nein, ich kenne jetzt am besten gleich 20, 30 oder so. Ja, und nicht nur, ja gut. Der Vorteil ist, dass wir ja gleich Kraftfutter haben. Weil wenn du Kraftfutter hast, Alter, dann bumm, sind die ja wie die Pernickel. Dann können wir auch die ersten Sachen da auch gleich einlagern. Stroh. Richtig. Gras. Heu braucht man. Lage. Ja, ein Trecker mit Frontlader. Ja, da kommt jetzt nur einiges auf uns zu. Ja. Ich kann überhaupt gar nicht einschätzen manchmal, wie weit ich noch weg bin. Und was? Ach, ich habe gerade schon ein Mähwerk angemalt, aber ich bin auch fünf Kilometer entfernt am besten vom Feld, so in der Art. Das kommt, wenn du Fieber hast, ne? Hm. Das ist dann, ja. Jetzt fängt es wahrscheinlich bei meinem Junior auch noch an. Na, scheiße. Das wäre natürlich dann richtig geil. Aber hatte die Kinderärztin mal wieder vollkommen recht. Er hat es schon. Deswegen durfte er ja schon nicht in die Schule, ne? Das dauert auch eine Zeit, bis das ausbricht. Das ist ja das, was viele Eltern ja auch nicht verstehen. Nur mein Kind hat da einen Magen geschickt in die Schule. Alter, das ist... Manche Eltern müssen einfach aufgeklärt werden. Und das schnellstens, finde ich. Sonst werden wir irgendwann sterben, weil sie ihre Kinder in die Schule schicken, wenn sie krank sind. Allerdings schnüpfen oder so muss kein Kind zu Hause bleiben. Aber, äh... Bei Darm und Magen, Leute, das ist mega gefährlich. Gerade, wenn auch Eltern nicht aufpassen auf ihre Kinder dann. Kannst du austrocknen und was weiß ich nicht alles, Alter. Das ist einfach kein Spaß. Bestimmt. Verstehe ich einfach manchmal nicht, Kavi. Wirklich nicht. Weil wenn ich zurückfahre, musst du mich leer machen. Baaat! Ja. Von dem Feld geht ordentlich was runter, ne? Ja, ich hab jetzt schon wieder 5.500 drin. Gehen da rein in den 12? Nee, ich bin jetzt bei 65%. Ich glaube, neune gehen nur rein. Ähm, opa. Und Sprit haut er sich weg, Alter. Das ist echt Wahnsinn. Naja, wir hatten kein Drescher gekauft, oder? Was ist denn der Betriebsstunde? 11,5. Wir haben, glaube ich, nur ein anderes Mähwerk gekauft. Boah, ich glaube, das war von der privaten Welt, wo wir neun Drescher geholt haben. Ich weiß es auch nicht. Sorry. So, komm mit dem Hänger, bitte. Brauch dich. 82%. Reilai, leilai, leilai, leilai. Geht ordentlich was runter. Ja. Aber wir brauchen's. Sonst kein Geld. Ah, es wird schon. So oft haben wir hier dieses Feld auch noch nicht geerntet. Also daher, man muss überlegen, was wir alles gekauft haben. Der Hof hat jetzt Scheunen und dies und jenes. Also, seit wo du mitspielst, haben wir die Ferguson gekauft, wir haben neue Hängers gekauft, wir haben einen Riesenflug, wir haben eine Riesen-Sähmaschine, wir haben Rundballen gemacht, Quaderballen gemacht und dies und jenes. Ja. Ja. Also, ja. Und jetzt stell mal, brauchst du mich dann gleich jetzt nicht mehr leer machen, ich werde jetzt jetzt den Hänger einfach oben hin, wieder zurückfahren in dem Sinne und oben irgendwo ans Feld stellen, nicht so weit weg von meinem Ernten da. Ja. Sonst kommst du nämlich mit dem Sehen gar nicht mehr hinterher, Kabi. Mhm. Weil so klein ist das Feld nämlich hier gar nicht. Jetzt hab ich in dem Sinne wieder einen kleinen Vorsprung, weißt du, sodass du vernünftig fahren kannst. Weil wenn ich nämlich jetzt gleich wieder oben bin, muss ich mich leer machen, weil sonst komm ich nicht wieder zurück, ne? Echt? Ja. Auch bei Raps ist er krank, ey. Ja. Ja, denke ich, dass das ungefähr auskommt, werde ich jetzt gleich sehen, wenn ich es natürlich sehe, das geht, dann fahre ich natürlich, ist ja klar, ne? Mhm. Aber ich gehe nicht davon aus. Also ich darf nicht mehr wie 25% drin haben. Weil dann wäre zurück 50 und wenn ich hoch bin, wäre ich bei 75. Also 30, 60, 90, 30% würde auch noch gehen. Dann würde ich fahren. Dann würde ich fahren. Ich bin mal gespannt. 28%, 29, 30, 31, 32%. Würde gehen. 34%, 34%, 36%, 96%. Ich probier's. No risk, no fun. Richtig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du musst auch mal was riskieren. Und nichts kommt nichts. Nix kommt nichts. Nix. Ich überlege heute Morgen bis um ein Viertel nach drei. Alter. Die Zeit vergeht da drin einfach saumäßig schnell. Ja. Gestern nachdem ich fertig war mit dem Run, zeigte ich mir, ach scheiß drauf, jetzt machst du mal noch kurz die Weltbosse. Habe die Weltbosse auch nochmal gemacht. Ja, aber mit einer Stunde kommt hin, ne? Was denn? Weltbosse? Ja. Weiß ich nicht. Ich bin ja danach in die Inis gelaufen. Ja. Also heute Morgen um halb drei waren sie schon richtig drin. Da hat der scheiß Wecker von meiner Frau gelitten, Alter, um halb sechs Uhr morgens. Ich dachte, ich bin im verkehrten Film, Alter. Aber die muss doch arbeiten, oder nicht? Ja, um elf musste die anfangen. Warum stellt die so früh ihren Wecker? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, hat sie vergessen. Von Frühschicht. Hat sie gesoffen, oder was? Ich hab keine Ahnung, Alter. Und dann hab ich das scheiß Ding nicht ausgekriegt, weil bei mir musste ich ja nur noch auf Stop drücken und da ist wieder anders. Hat sie selber nicht gehört, oder was? Nein. Hey, ist sie wach gemacht, Mann. Dein scheiß Ding aus! Ja, weil das Handy über mir lag, auf dem Nachtkästchen, weil bei mir Strom ist. Und beim Auflagen. Boah. Hey, ist das Telefon rübergeschmissen, der hat dir das ans Ohr gelegt. Hörst du's? Man hat C gefragt. Sag ich, ich krieg das scheiß Ding nicht aus. Ja, gib mal her. Hier. Und dann gelegt. Gleich weiter. Ah, da ist Android. 8 kommt jetzt, Cavi. Genauso aus wie das iPhone 7. Passt. Die klauen ziemlich viel. Klonen ziemlich viel. Also, gegenseitig. Also, das muss man wirklich mal sagen. Also, statt... Ich soll mal entgeben und nehmen. Also, die ganze Zeit. Also, wenn einer sagt, der klaut das, der klaut dies. Alter, jeder klaut von jedem. Hört einfach mal auf. Da musst du gucken, weil das iPhone... iPhone 6, sag ich schon, das... Das S6 schaut schon genauso aus wie das... iPhone 6 außenrum mit den silberen Rahmen. Genauso das gleiche mit den SIM-Karten. Dass du jetzt nicht mehr aufmachen kannst. Und die Akkus nicht mehr rausnehmen. Das haben sie ja auch alles. Das hat die Apple schon immer gehabt. Das hat die Apple schon immer gehabt. Und das hat jetzt Samsung jetzt auch gemacht. Ja, mit dem Akkus nicht rausnehmen... Das ist für mich so ein... Streitpunkt. Von einer Seite finde ich es schön, weil alles fest verbaut ist. Aber wenn du dann mal was hast, Alter, ein iPhone auseinanderzubauen, dann musst du dann mit so einem Saugnapf das Telefon hochheben. Dann ringsherum alles aushaken. Dann musst du vorsichtig sein mit den Lamellen, also mit den Kabeln. Und alle vernünftig rausmachen, weißt du. Und dann wieder den neuen Akku rausbrechen. Fast, weil der geklebt ist, ne. Musst du dann so unterhaken und... Ja... Hier fahr ich zum iPhone, Doktor. Das ist, äh... Ja, schon gar nicht so... So einfach, einfach so ein iPhone-Akku zu tauschen, in dem Sinne... Klar, jetzt sagen wir, es ist voll simpel. Es ist simpel, ja. Aber machst du einen dummen Fehler, dann hast du die Arschkarte, Kabi. Weißt du? Ganz einfach. Ja, ist auch so. Aber, äh... Ja, bei dir ist einfach der springende Punkt. Du kriegst sowieso alle zwei Jahre dein Neues. Und so lange hast du ja auch Garantie auf dein Handy. Also gehst du sowieso hin und holst dir eins. Für Leute, die es kaufen, ist es halt dumm. Verstehst du? Weil wenn du zum Beispiel, sag ich jetzt mal, du kaufst dir den Samson, Alter. Kaufst du 800 Euro. Sagen wir jetzt mal, du gibst 800 Euro aus. Nach über zwei Jahren geht dein Akku kaputt, Alter. Dann kaufst du dir für 10 Euro, 15 Euro einen Akku. Ja, kriegst du dann ja schon für 10, 15 Euro. Setzt rein, da hinten gehst du hin, Kabi. Ja. Ne, also von dem Prinzip ist das schon alles besser. Was ich einfach nur nicht mag, sind diese Software-Updates. Ja, sind einfach... Nein. Und ich finde einfach, Apple ist viel umgänglicher mit der Software. Ja. Aber das ist auch wieder Gewohnheitssache. Du hast ja selber am Anfang auch gesagt, oh mein Gott, oh Gott. Aber, ja. Wenn man sich daran mal ein bisschen mit auseinandersetzt, ist es schon ein Unterschied. Richtig. Ja, ich guck mal, bist du nicht und mir passt fertig hier. Ja. So, gerade mal so ein bisschen die Preise. Ich bin einfach, ich glaube nicht, dass da viel passieren wird. Wir sagen auch schon wieder, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Wochen.